Das Auto hat nur gesagt, ich schlafe zu dich. Hat der einen eigentlich gefressen jetzt, oder was? Nein, er ist Rage-Wand ausgegangen. Und jetzt macht er gerne wohl, oder? Hallo! Ihr Junge, ich bin kein Hin, wenn er so weiter macht. Du musst mehr auszulegen. Aber man muss das blaue Zeig doch fressen. Fressen? Ja. Was kriegt man dann? Im Leben. Ah ja? Na, wie oft kann man das? Was denn jetzt? Ah, ich will das nicht ausreizen. Also, ich könnte das nicht essen. Drei Morgen ist es geil. Kann man mit dem Boss durch die ganze Mettrennung entnehmen? Ich denke schon, ja. Ich denke schon, ja. Oh, ich will das nicht ausreizen. Hahaha. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja. Haha, scheiße. Geil Sparburg. Und jetzt auf! Geil ausweichen. Was macht der letzte? Und der letzte? Klatschen! Und raus, raus, raus! Ich wollte auch sagen. Der ist RIP. Waffe einstecken mit X? Waffe einstecken mit X? Waffe einstecken mit X? Ich glaube, kann rausstecken, wohin? Perfekt. Der BB ist geflogen. Kann man es dann brauchen? Wir müssen nur wieder suchen gehen, glaube ich. Wir müssen suchen werden, ja. Hey, du bist mal auf Tabulato, gell? Da seht ihr die ganzen Angriff-Kombos. Ja, ja. Ja, ja. Leuk! Dann werden wir oben 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 oben. Ja. Das ist fick halt aus dem Weiss. Ich hab ihn wieder saufen, oder? Ich hab ihn wieder saufen, oder? Nein, der wird wieder aufgekalkt. Ich will sein für uns zu gut sein. Nehmt aber die komischen Dinger. Das ist schon wieder das schlimmste saufen, ich lerne. Nein, der, ich glaub, ich komm vor, man kriegt wieder. Geht in Mission 5 halter, okay? Ja, das ist ein Problem. Vorher, ja. Vorher, ich muss ja auch noch saufen, die sind da mit 5 an. Der dringend ist verloren. Schon wieder noch was verloren hat. Komm jetzt auf, komm. Ich bin drüber drin. Dann sei das jetzt neben mir. Nein, jetzt ist er auf. Jetzt geht Knascherhaut. Machst du mir einsammeln? Nein, das ist ein bisschen. Ah, ich lass uns drüber, leider. Dann kriegen wir was, ja. Jetzt macht der Fimmel seinen Schwanz, gell? Oh, oh! Oh, oh, oh! Jetzt macht er den Ruhr, da? Und, das ist er. Ui, ui, ui! Ich denke, es ist gut, dass er nicht vor Ort, man kann ihn nicht so ganz einschätzen. Einschätzen, genau. Weh! 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 Er mag dich, glaube ich, anscheinend, der Biber. Oh, jetzt bin ich da. Ich bin so mit der Kuh vorgesprungen, Alter. Ja, das ist ja so. Nein. He, das war aber schlimm. Ich bin die Autonomie. Ich tue das Wahnsinn, Alter. Okay. Es ist noch ein Ring voll hinter. Ah, ja. Nein, der hat extra Schuppen. Der ist richtig... Der ist richtig... Der ist richtig abgeschnitten. Hä? Der hat den Schwanz abgeschnitten. Also, was bringt's jetzt, wenn ich gebaut wurde? Ach, ich glaube, das wird. Habt ihr von euch speziell den Schwanz abgeschnitten, oder? Ich bin auch viel geschlagen, oder? Oh, ja. Dass ich jetzt am Bogen klebe. Abo! Alter, wie wir denn schon hergemacht haben? Ja! Der muss eh gleich am Ende sein. Alter, so ein bisschen höher. Alter. Nein, scha... Er lebt eh. Der hat gestoppt. Ist doch besser. Mhm. Ein bisschen mehr Tänisch, als hätte es schon unschaffbar geworden. Ja. Bestimmt. Nice. Noll. Noll, alles gut. B wurde er geschlagen. Ich versteh das gar nicht ganz. Ich auch, Leute. Er ist schon gut. Er ist schon gut. Mit der kann man sicher auch sein Terstor. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.